So, so, so. Das bleibt alles im Inventar. Das schmeißen wir mal weg. Die Erde tun wir auch mal weg. Die Kohle bleibt. Samen bleiben. Gut, dann mal ganz kurz hier am Wasser. Ich hoffe mal, dass wir jetzt keine... Die Kühe nicht alles... ...zerfressen. So rum. Mal kurz hier ein bisschen was anpflanzen zumindest. Dass wir was zum Futtern haben und nicht jämmerlich verhungern. Gib mir hier mal noch ein bisschen... ...Hoch, siehs. Siehs. Hallo? Hallo? Du bist ja schon eine arme Sau, hä? Komm, ich helf dir mal. So. Komm raus. Geht doch. Bin ich nicht ein wahrer Held oder so? Ich habe eine Kuh gerettet vor dem Öl ertrinken. Oder ist das ein Wal? Ich weiß es nicht. So, der Baum will hier auch irgendwie nicht decayen. Hallo? Mach mal. Ich brauche aber Samen. Hoi, ich brauche Samen. Na, so. Das sind auch schon wieder Flexi. Ich brauche keine Flexi. Ich brauche normale Samen. Äh, so. Gut. Lass mal nachdenken. Was brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen... ...Metalle. Wir müssen ja mal mit dem Craften anfangen, so langsam. Die tun wir mal weg. Die tun wir mal weg. Das tun wir mal weg. Genau. Dann gehe ich mal ganz kurz schon mal einmal Gummi ernten. mit einer Tree-Tap. Bevor es dunkel wird, weil ich gehe ja dann... Ups, wenn es dunkel wird, gehe ich runter in die Höhle. Weil die ersten Nächte jetzt direkt durchzupennen, das bringt ja eh nichts. Und vor allem, ich habe es ja nicht weit zur Höhle. Also ich kann ja mal schnell so... ...rüber. So, wie schaut es denn hier aus? Gibt es einen Spot? Da ist ein... Das sieht ja cool aus. Gibt es da noch was? Lass mich mal gucken. Ah, gleich ein Zapling. Wenn ich gleich nochmal zwei, drei aufstellen. Ah, da oben ist noch ein Spot. Höh! Give me... Hallo? Hallo? Hast du mich jetzt beschissen? Da ist doch gerade was rausgekommen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hallo? So! So, hier war nichts dran. Schauen wir mal, ob hier noch was dran ist. Also zwei Spots sind ja eigentlich okay. Wie sieht es mit dir aus? Was hast du dabei? Ein Spot. Noch ein Spot und dann geht es weiter. Ha, ha, ha. So, da ist noch einer. Ist doch auch gut. Zack. Da ist nichts mehr. Und... Da ist nichts mehr. Und da ist nichts mehr. Ja, gut. Zwei Spots, das ist schon okay. Es wird schon wieder dunkel. Ich gehe hier in die Höhle. Und stelle noch schnell einen Gummibaum auf. Ah, ja, genau. Stopp, Fackeltrick. Ha, jetzt wollte ich gucken, ob der noch geht. Weil ich weiß nämlich noch, wenn man einen Fackel neben einen Baum stellt, dann wächst der schneller. So. Oder neben ein Sapling, sagen wir es mal so. Wir schauen, ob das wirklich hinhaut, ob das stimmt. Ähm. Oder ob das noch stimmt. Also ich weiß ja, dass es stimmt, aber ob das noch geht. So. Dann packen wir das mal weg. Die Kohle nehmen wir mit. Holz nehmen wir mal mit. Die Erde kommt weg. Den Kobbel nehmen wir mit. Das kommt weg. Fackeln haben wir. Erde haben wir. Werkzeug haben wir. Ja, die Hau können wir auch da lassen. Ja, das lassen wir auch mal da. Gehen wir mal kurz runter. Nicht übers Feld laufen. Vielleicht finden wir auch noch andere Pilze und können damit gleich mal was zu futtern machen. Ich weiß, es ist jetzt sehr gefährlich, so runter zu gehen, aber... No fun. Haha. Ui, was habe ich denn da gefunden? Was bist du? Dich kann ich anscheinend mit Stein nicht abbauen, oder? Nee, nur schwer. Gut, dann... Graben wir uns halt so rum rum. Erstmal. Weil ich meine, kann man ja wohl kaum verfehlen. Ui, ich höre Fledermäuse. Irgendwo. Von da, oder? Ja, kann wir uns doch mal hier geradeaus... Machen wir mal da mal einen Gang. Stur einfach durch. Vielleicht finden wir ja eine Höhle. Ist ja ganz... Ui. Was ist das? Gib her. Red Xenchromium. Aha. Was kann das? Was kann das? Kann ich jetzt hier R drücken? Zeig mal. Okay. Was kann ich da mitmachen? Das kann ich mir noch nicht angucken. Okay, das werden wir schon rausfinden. Irgendwie... Aber die Fledermas kommt näher. Was bist du? Gravel. Ist hier was? Uran. Oder? Das Leuchten müsste doch Uran sein eigentlich. Nee, das ist dieses andere Kristallzeug. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Werde ich... Bis zum nächsten Mal gegoogelt haben. Versprochen. So, Fackel, sonst dunkel. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich schon fast zu tief bin, aber... Ich bin ja noch gar nicht so tief gegangen eigentlich. Ja, warte mal. Gravel. Moment. Äh, toll, das lohnt sich nicht wieder zwei. Einen Flint. Ich habe Flint gefunden. Also, ich habe ja mal wieder richtig Glück mit den Ärzten. Das ist ja der Hammer. Ich bin ja froh, dass ich Kohle gefunden habe am Anfang. Aber jetzt? Das ist ja schon fast frustrierend. Was ist das? Es leuchtet, wenn man draufschlägt halt. Das ist was anderes. Moment. Was habe ich da jetzt gesammelt? Eisen. Ah, Eisen. Oh, Eisen. Dann kann ich mir gleich eine Eisenhacke machen. Yay. Ui, und so viel gleich. Also, man muss sich nur beschweren. Dann geht das ruckzuck anscheinend. So, ich will wissen, was du bist. Könne ich dich abbauen? Oh, ich glaube... Nee, das dauert zu lange. Das geht kaputt. Eisenerz. Dann gehen wir schnell das Eisenerz einschmelzen. Aber es ist dunkel draußen. Darum müssen wir aufpassen. Aua. Ich verliere. Aua. Ich brauche was zu essen. Aua. Ich muss eine Kuh schlachten gehen. Und das ist jetzt gerade voll unverfassend. Da sind Skelette. Nein. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Ich packe hier mal schnell ganz alles in die Kiste. Jetzt habe ich echt ein Problem, hey. Ich werde nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Ich sterbe jetzt echt. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Schnell einen Landmark machen. Boah, das bleibt bei einem halben Herz stehen. Boah, Alter. So, Moment. Ich muss mal kurz... äh, 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 äh... Kuhlfarbe ändern. Ich mache das jetzt mal aus, aber ich habe wenigstens den Landmark gesetzt. Ähm, gut. Dann nehme ich jetzt meine... meine Axt. Und... gehe mal kurz... auf Kuhjagd, weil ich brauche Futter. Ich brauche Futter. Halt, ich sollte vielleicht... Ich bin doch blöd. Es ist Nacht und ich kann mich ins Bett legen. Nein! Ich hoffe, das ist jetzt nicht wegen den Slimes. Weil die Nerven jetzt schon gerade chillen. Boah, Leute. Macht aber mal nicht so einen Lärm. Geht der Mann nicht an hier. Ich suche mir ausgerechnet ein Slime-Biom aus. Das geht aber gar nicht. Toll, jetzt ist meine Axt kaputt. Seid ihr zufrieden? Scheiße. Loxion wurde von einem Schleim erschlagen. Yay. Aber... Jetzt hier ist ein Schwein. Ein Schwein. Sind hier Monster drauf? Komm, komm. Stirb. Stirb. Ich will dein Fleisch. Ich will dein Fleisch. Nein! Ha! Gleich mal noch das nächste Schwein killen, wenn ich eins finde. Und vielleicht ein paar Samen mitnehmen. Seid's. Seid's. Da ist meine Werkbank. Na, wie geht's dir weg? Bankerst du mich vermisst? Ich bin nur wegen dir zurückgekommen. Natürlich. So. Da ist noch ein Schweinchen. Babe. Das ist ein geflecktes Schweinchen, Babe. Geh weg! Ich muss das Schwein jagen, das gerade im Kreis läuft. Stirb! So. Ein Baumschwein. Hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ein Baumschwein. Oh, hallo? Bleibst du da? Sag einmal. Geht doch. So, jetzt nehmen wir unsere Workbench mit, weil wir wollen ja nicht verschwenderisch sein. Und hoffen, dass wir jetzt nicht gekillt werden. Also ich weiß ja ungefähr, wo wir waren. Und ich hoffe, wir kommen da auch wieder hin. Jetzt kann ich mal kurz einen Schluck trinken währenddessen. Ein bisschen die Stimme öhlen. Nom, 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 nom. So. Und jetzt ist die Musik ausgegangen. Warum ist die Musik ausgegangen? Moment. Da muss ich doch mal ganz kurz... So. Und auf Wiederholen drücken. Weil ohne Musik ist das Ganze ja langweilig. Ohne Kevin MacLeod, das geht ja mal gar nicht. Das ist ja... Hallo, Zombie. Kriegst gleich eins mit meiner Werkbank auf die Nuss. So, ich glaube, ich bin da und dann bin ich da hoch, ne? Wenn ich mich jetzt... Oh, da hinten ist was. Da ist Kuh, ne? Oh, ich hab keinen Werkzeug dabei. Das ist doch scheiße. Verdammt. Hallo, Zombie. Du siehst mich nicht. Das ist alles schick. Das ist alles toll. Dann kletter ich halt hier den Berg auf. So. Doinki, 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 doinki. Hö. 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 Also ein besonders leidenschaftlicher Bergsteiger bin ich jetzt nicht. Aber... So. Äh. Ich bin dann wo lang gegangen? Bin ich dann da lang gegangen, glaube ich? Oder? Moment mal, da hinten ist auch Öl. Ich seh da grad schon wieder... Ach, nö. Regen. So, da ist auch Öl. Hallo, Moon? Ui, ein Ei. Ein Ei ist ganz, ganz, ganz gut. Kann ein Spiegelei machen. So, da ist Öl. Wo war mein Zumpf? Mein Zumpf war da hinten. Und Öl ist hier oben auf dem Berg. Gut zu wissen. Ich glaube zwar, dass diese Quelle nicht so groß Ist Höhle Ähm Aber Ich denke, wir können die später anzapfen Jetzt habe ich mich doch echt verlaufen, oder? Moment Ach, da unten Ich wusste doch, es ist nicht schlecht Ein Waypoint zu erstellen Au Ei Kann man das Ei essen? Ne, dann schmeiße ich es wahrscheinlich So Freunde Das Öl läuft ja bis hier runter Dann könnte ich das ja mit diesem Red Power War das Red Power? Womit ich das absaugen konnte? Ich glaube schon, dann konnte ich das in so einen großen Tank füllen Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht Weil Mit Buildcraft verarbeiten, aber mit Red Power transportieren Ich glaube, das war besser als mit diesen Normalen Pipes Die bei Beatcraft eigentlich dabei sind Auch Regen höher aufkommen Das ist doch voll uncool Aber ich habe Seeds Irgendwelche anderen Seeds Ich tue die einfach mal Anpflanzen So Wegpunkt kann wieder ausgemacht werden Ich bin ja wieder daheim Ich bin ja wieder Ich bin ja wieder